Einen verlauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich werde jetzt ein... mal hier mein Level upgraden. Ich bin gleich Level 180, das bedeutet, Brutus haben wir full vergoldet. Komm mal raus, dankeschön. So. Ist es schon? Oder brauchen wir noch ein bisschen? Level 180, sehr schön. Damit haben wir den goldenen Muskelkater freigeschaltet und Brutus komplett vergoldet. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach der Runde wieder. Und da ist das Ganze auch schon Muskelkater in der goldenen Variante. Genau auch so wie das Rücken-Accessiva. Den werde ich jetzt als nächstes Vergolden, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie der komplett Gold aussieht, dann abonnieren, Glocke aktivieren, ausrüsten und das tun wir auch nochmal ausrüsten. Obwohl, ich würde sagen, dass hier hinten... Ehrlich gesagt, ich finde das Rücken, das war mal so richtig und spektakulär. Hier ist auch die Sky-Variante und wir können jetzt einfach mal hier... Ja, als nächstes werden wir dann wahrscheinlich... Ähm... Sky wahrscheinlich noch nicht. Oder auch... Äh... Ne, ich werde wahrscheinlich TNT-Na als nächstes freischalten müssen. Genau, Level 220. Okay, ich würde sagen, ich werde jetzt schön spielen und die Katze vergolden. Und wenn ihr mich doch kostenlos unterstützen wollt mit dem Creator Code, der Teddy-Berg, könnt ihr das gerne tun. Und euch einen günstigen oder etwas tollen Skin kaufen, was auch immer. Ihr könnt auch nichts kaufen, einfach nur einen Tank, würde mich auch unterstützen. Wir sehen uns das nächste Mal übermorgen um 15 Uhr. Haut rein, lasst mich in den Kommentaren wissen, welches Level ihr seid und ciao! Bis zum nächsten Mal.